den Rand der Stadt erreicht haben. Der Rest unserer Leute wurde inzwischen evakuiert. Sie sind die absolut Letzten, die den Bereich verlassen. Die Navy betreibt ein Shuttle zwischen unserer Botschaft und der USS Ronald Reagan im Schwarzen Meer. In genau zwei Stunden wird der letzte Seahawk das Dach der Botschaft verlassen. Sie sollten dann besser an Bord sein. Wo wir gerade dabei sind, es gibt noch etwas zu überprüfen. Die Russen haben einen von unseren Seahawks mit einer portablen Sam runtergeholt, bevor er die Botschaft erreichen konnte. Er stürzte nördlich ihrer Position in einem Park ab. Wir haben noch keine Lebenszeichen von der Besatzung erhalten. Kein Funkruf, keine Peilung. Möglicherweise gibt es keine Überlebenden. Ihr Auftrag ist es, das Wrack zu überprüfen und Klarheit zu erlangen. Seien Sie auf der Hut vor russischen Patrouillen. Achten Sie außerdem auf georgische Flüchtlinge. Es sind viele Flüchtlinge in den Straßen unterwegs und wir wollen die Kollateralschäden minimal halten. Mhm. Die nudgenrechtsberichte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind schon weg. In Position. We shudder. We shudder. Das war's für heute. Und Schiss! Der war mein. Und Schiss! Und Schiss! Melde kill! Und Schiss! Und Schiss! Und Schiss! Der war mein. Wir sind schon weg. In Bewegung. Melde kill! Wir sind von Schiss! Wir sind vor acht. Wir sind schon weg. Die sind unterwegs. Und Schiss! Wilde Kill! Der Warmal! Schicksal terminiert! Der Warmal! In Position! Der Warmal! Der Warmal! Der Warmal! Der Warmal! Keine Bange! Der Warmal! Die sind unterwegs. Melde kill. Sind direkt vor ihnen. Wir sind vor Ort. Wir sind schon weg. Der war mal. Wir sind vor Ort. 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 Und vor Ort. Wir sind vor Ort. Wir liegen vor Ort. Und vor Ort. Wir sind vor Ort. Wir sind vor Ort. Und vor Ort. Wir sind vor Ort. Wir sind vor Ort. Wir sind vor Ort. Wir sind vor Ort. Und vor Ort. Wir sind vor Ort. Und 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 vor Ort. In Position. Wir sind vor Ort. Sind unterwegs. Wir sind schon weg. Sind unterwegs. In Position. Wir sind schon weg. Sind unterwegs. In Position. In Bewegung. Sind unterwegs. In Bewegung. Sind unterwegs. Wir sind schon weg. Ohne Rücksicht auf Verluste. Kein Problem. Wir sind unterwegs. sind unterwegs wir sind schon weg wir sind schon weg wir sind und 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 Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland haben die russische Invasion öffentlich verurteilt. Aber das allgemeine Gerede wird die Panzer in Tbilisi nicht zurücktreiben. Die Big Boys sind überzeugt, dass Abatov und seine Generäle eine weitere Intervention vorbereiten. Die Satelliten haben große Truppenbewegungen an der baltischen Küste in der Nähe der lettischen Grenze ausgemacht. Lettland, Litauen und Estland waren alle Teil des russischen Imperiums. Und sie wieder zurück unter die Kontrolle Moskaus zu bringen, ist seit Jahren Teil der ultranationalistischen Agenda. Sie werden geheime Informationen über den bevorstehenden Angriff sammeln. Die Russen haben einen Kommandoposten in Isborsk, einer mittelalterlichen Festung, fünf Meilen von der Grenze errichtet. Ihre Aufgabe ist es, den Posten zu infiltrieren und alle Dokumente zu bergen, die etwas über die russischen Kriegspläne enthalten. Achten Sie auf Patrouillen. Wir haben zahlreiche Truppenbewegungen entlang der Straße ausgemacht. In der Festung gibt es ein Funkgerät. Lassen Sie der Garnison nicht die Zeit, Hilfe zu rufen. Oder Sie haben ein schweres Feuergefecht vor sich. Noch ein Haken. Es gibt eine SAM-Stellung in der Nähe. Erkunden Sie sie und heben Sie sie mit einer Rakete aus, wenn sie nur leicht bewaffnet ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017